Battlefield Heroes mit dem National Soldier auf Victory Village, was nicht anders zu erwarten ist, wenn man hier auf zufällig zufällig mit meinem National Soldier drückt. Das geht echt nicht anders, es geht nur das. Es nervt alles ein bisschen, aber was willst du machen? Hey, getroffen. Ja, wir haben eine Granate da hinten. Die müssen auch gerne mal schneller laufen. Wer schießt hier auf mich? Was ist da oben der? Ich sehe hier gar nichts, ne? Ach! Ich sehe hier, ich habe ja überhaupt nichts gesehen jetzt, ey. Das T-Shirt habe ich ja noch nie gesehen. Das tun wir mal gut. Weg mit euch. So. Reicht jetzt mal. Danke. Ich sehe ja immer noch nichts. Wo sind die denn alle? Meine Fresse. Hier geht es ja schon gut ab. Ja? Also. Doch. Was? Blindbeschuss? Weil habe ich den da erwischt? Geil. Wo sitzt der da oben, der mich gerade erledigt hat? Ein ganz schlauer, hä? Na, warte ab. Sag mal, wo ist denn der her? Da oben doch. Boah. Boah. Was geht denn, ey? Mein lieber Mann, ey. Der hat mich aber schnell kaputt gehabt. Gut. Oh, bitte. Es nervt so, ey. Okay. Hallo? Hallo? Ah! Doch erwischt. Ich hatte gedacht, ich hätte ihn nicht erwischt. Ja, wo sei da? Mist. Ja, ich muss hier mal weg. Hier gibt es keine Punkte. Ich muss mal auf die andere Seite. Da, wo die Jungs rumspringen. Da sieht man ja genug. Schade. Oh, da treffe ich den nicht. Und schon ist die KD wieder am Arsch. Mann! Ah, der ist kaputt. Ist mal hier. Richtig in Infight, ey. Naja, super. Jetzt wieder gebracht. Wo bin ich denn hier schon wieder, ey? Ja, super geil gemacht. Mann, Gott. Volle war, voll war, ey. Ich kacke nur noch ab mit meinem Soldier. Das ist ja wohl wirklich nicht so, dass ich bin hier mit einer der höchsten Level, ey. Unmöglich, ey. Trotzdem kacke ich hier ab. Ja, ja. Klar. Ja, jetzt muss ich noch nachladen, ey. Ich hoffe, du hast ihn erwischt. Ich hoffe, du hast ihn erwischt. Tja, Leute. Ich muss mich jetzt wieder so konzentrieren. Oh, ne. Hä? Wer ist denn da schon wieder am Kirschplatz? Hm? Hm? Du. Lacker, ja. Ich weiß. Wie schlecht. Ach, da war noch einer dabei. Gott sei Dank. Der Mendo war noch dabei. Ui, der bin schon beruhigt. Ja. Der Mendo ist immer noch hier. Irgendwo. Hm? Na ja, Royal Mendo ist noch erwischt. Ach, der Veruba Rufus da, ey. Nicht gut. Nicht gut. Nein. Boah, der hätten wir aber noch erwischen können, ey. Was war da hier denn schon wieder? Kacke war das. Was war das hier denn schon wieder? Was war das hier denn schon wieder? Kacke war das. Pfff, 3 HP ey. Hast du das gesehen? Ja. Genau. Na ja, ich mein der letzte Kill. Hahaha. Scheiße. Warte, warte, warte. Warte, warte. Kacke Runde. Nix gut. Nix gut. Shit dirt. Dirty shit dirt. Halt. 7 zu 8. Nein, wenn jetzt die Punktzahl ist, ist in Ordnung. Hey, keine 100.000 Punkte mehr. Zu Level 30. Leute, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.